Buschi vs. Köppen im Livestream Am Mittwoch um Uhr startet die neue Real-Live-Show Buschi vs. Köppen auf RTL. Das Format erinnert sehr an Joko und Klaas Duell um die Welt. Jede Folge reisen Frank Buschmann und Jan Köppen in ein anderes Land, um sich dort verschiedenen landestypischen Aufgaben zu stellen. Allerdings geht es nicht nur darum, diese Schallengist zu meistern, beide wollen den anderen unbedingt besiegen. Wie auch beim Duell um die Welt gibt es für jede gewonnene Challenge einen Punkt, der in der Finalrunde in einen Vorteil umgewandelt wird. Doch anders als auf ProSieben werden die zwei von jeweils einem selbst gewählten Freund unterstützt. Auf Buschis Seite steht in der ersten Folge Mario Basler, während Jan Köppen sich für Julius Brink entschieden hat. Um Uhr zeigt RTL Buschi vs. Köppen auch im Livestream. Diesen finden Internetnutzer auf dem sendereigenen Portal TVN, jedoch ist zum Abruf ein Abonnement nötig. Im Anschluss können Interessierte die Auftaktfolge der Show in der RTL Mediathek kostenlos online sehen. Das Video on Demand-Angebot gilt 7 Tage.